Eine Typisierungsaktion, um lebensrettende Stammzellen für Leukämie-Patientinnen und Patienten zu finden, organisierte die SV Guntmatik Ried im Rahmen eines Bundesligaspiels gegen Salzburg im Oktober 2021. Im Rahmen dieser Aktion konnte mit Tobias Graal aus Bayern ein passender Stammzellenspender gefunden werden. Als kleines Dankeschön wurde ihm beim Heimspiel gegen den FAC am 16. Februar in der Innviertel-Arena ein Trikot der SV Guntmatik Ried überreicht.